Hallo und willkommen zu diesem neuen Infovideo. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute soll es um die sogenannten Ping-Calls gehen, also Anrufer, die euer Telefon aufklingeln lassen, um euch zum Zurückrufen zu animieren. Zunächst möchte ich mit euch allerdings ganz kurz über unseren Kanal sprechen. Vielen lieben Dank, dass ihr bereits so unfassbar viele Abonnenten geworden seid. Das ist echt der Wahnsinn und jeder von euch zählt hier natürlich. Wir haben uns nun seit einiger Zeit neue Funktionen auf der Community erarbeitet, wie zum Beispiel den Community-Tab gerade eben erst frisch freigeschaltet bekommen. Das bedeutet, wir haben nun auf dem Kanal noch mehr zusätzliche Fläche, um eben auf der Community zu diskutieren. Auf dieser Seite findet ihr in Zukunft immer wieder neue Informationen rund um diesen Kanal, Umfragen und auch noch mal zurück ins Leben geholte ältere Videos. Ich denke, mit der neuen Seite haben wir hier noch deutlich mehr Möglichkeiten als jeden Tag nur ein neues Video. Beginnen wir aber nun erstmal mit dem Thema Ping-Calls und allem, was ich dazu gefunden habe. Unerwünschte Spam-Anrufe und was man dagegen tun kann. Telefonieren kann teuer werden, vor allem, wenn der Anrufer es nicht ehrlich meint. Wie sogenannte Ping-Anrufe funktionieren und wie man sich gegen Telefonwerbung wehren kann. Mit Ping-Anrufen, einem kurzen Telefonklingeln ohne anschließendes Gespräch, wollen Betrüger potenzielle Opfer zu kostenpflichtigen Rückrufen verführen. Bei schnellem Handeln kann man eine Abbuchung der Telefongebühren allerdings noch verhindern. Bei schon erfolgter Abbuchung hilft nur eine Klage. Unerlaubte Telefonwerbung für Produkte ist oft als harmlose Umfrage getarnt. Ja, oder man möchte euch in irgendwelche Gewinnspiele verwickeln. Allerdings geht es hier mehr um die Ping-Anrufe. Das heißt, man klingelt euch an und niemand ist dran. Und tja, wer neugierig ist, ruft hier zurück. Immer erreichbar zu sein, hat schon seine Vorteile, kann aber auch zur Zumutung werden, wenn das Telefon etwa von Werbeanrufen oder zeitweiligen Interview-Bewerbern blockiert wird. Vorsicht bei Ping-Anrufen. Betrüger wollen Neugier wecken. Das wesentliche Merkmal bei solchen Telefonaten. Das Telefon klingelt nur kurz, ein Gespräch kommt nicht zustande. Das System hinter den sogenannten Ping-Anrufen. Der Angerufene ist jetzt neugierig geworden und ruft die angezeigte Rufnummer zurück. Genau dies sei das Ziel eines solchen Lock-Anrufs. Denn durch den Rückruf entstehen in der Regel bei solchen Anrufen hohe Kosten. Die Höhe hängt von den Zielrufnummern ab und ergibt sich aus dem Telefonvertrag des einzelnen Kunden. Auch die Länge des Telefonats spielt dabei eine Rolle. Daher wird oft versucht, die Betrugsopfer durch Bandansagen möglichst lange bei der Stange zu halten. Die richtige Reaktion sollte hier ganz klar sein. Nicht zurückrufen und wenn möglich die Telefonnummer einfach melden. Ping-Anrufe kommen derzeit vor allem aus dem Ausland. Verbraucher sollten deshalb vorsichtig sein, wenn sie aus Ländern angerufen werden, zu denen sie normalerweise keinen Kontakt haben. Die Bundesnetzagentur rät Verbrauchern davon ab, entsprechende Rufnummern zurückzurufen. Die betrügerischen Nummern können über ein Online-Beschwerdeformular auf der Webseite der Bundesnetzagentur gemeldet werden. Die Agentur kann ein sogenanntes Rechnungs-, Legungs- und Inkasso-Verbot erlassen. Über den Telefonanbieter des Verbrauchers darf für eine bestimmte Zeit dann kein Geld für die betrügerische Rufnummer eingezogen werden, bis der Fall geklärt ist. In manchen Fällen, wenn das Geld bereits abgezogen ist, hilft leider nur eine Klage. Werden die Telefongebühren sofort abgebucht, weil der Kunde etwa einen Prepaid-Vertrag abgeschlossen hat, das heißt also keinen ganz normalen gewöhnlichen Handyvertrag, wo einmal im Monat abgebucht, sondern das Guthaben verwendet wird, kann sich der Verbraucher nur über ein zivilrechtliches Verfahren gegenüber diesem Telefonanbieter wehren. Also das heißt, wenn ihr Telekomkunde seid mit dieser Prepaid-Karte, dann direkt gegen die Telekom. Werden die Gebühren hingegen verzögert über eine Rechnung abgebucht und es besteht für den in der Rechnung aufgeführten Zeitpunkt des Anrufers bereits eine Rechnungs-, Legungs- und Inkasso-Forderungsverbot, stehen die Chancen besser. In vielen Fällen berücksichtigen die Telefonanbieter ein solches Verbot von sich aus, also von ganz allein. Ansonsten kann der Kunde den entsprechenden Betrag zurückhalten und dem Anbieter mitteilen, dass für diesen Zeitpunkt des Anrufes eben ein Einzugsverbot bestand, also ein Inkassierungsverbot. In diesem Fall müssen eben die Betrugsopfer dann nicht bezahlen. Wie können Verbraucher solchen Anrufen vorbeugen? Um belästige Anrufe vorzubeugen, sollte der Verbraucher bei der Weitergabe und Angabe der eigenen Rufnummer zurückhaltend sein. Sonst gerät sie wohlmöglich in die falschen Hände. Also vereinfacht gesagt, erst nachdenken und dann die Nummer weitergeben. Das wird in vielen Fällen oft schwierig, seine Nummer eben nicht anzugeben. Aber man sollte immer erst genau überlegen, wenn man seine Telefonnummer angeben soll, zu welchem Zweck das dient und warum man die wirklich benötigt, die Rufnummer. Ping-Anrufe oder unerlaubte Telefonwerbung. Was ist da genau der Unterschied? Während Ping-Anrufe hohe Kosten allein durch eine betrügerische Telefonverbindung verursachen, wird Verbrauchern durch unerlaubte Telefonwerbung eben ein Produkt aufgeschwatzt. Normalerweise darf mich ja niemand anrufen, mit dem es ja nicht vorher abgesprochen bzw. dem ich das nicht gestattet habe. Aber genau das ist eben der Unterschied. Ihr ruft bei einem Ping-Call selbst zurück. Das Telefon klingelt kurz, ihr habt es nicht geschafft ranzugehen und ruft die Nummer zurück. Das ist der Unterschied. Normalerweise rufen euch Betrüger an, bleiben dran, um euch dann eben von ihrem Produkt zu überzeugen oder was sie euch eben verkaufen wollen. In diesem Fall geht es lediglich nur darum, dass ihr zurückruft und bei einer kostenpflichtigen Hotline dann landet. Hat der Verbraucher vorher seine Einverständniserklärung etwa über einen Internetauftritt einer Firma erteilt, darf der Werbeanruf eben stattfinden. Ansonsten handelt sich es immer um unerlaubte Telefonwerbung. Das ist soweit klar, denke ich. Typische Maschen beim Werbeanruf. Er ist oft als Umfrage getarnt. Sehr häufig wollen die Anrufer Zeitschriftenabonnenten verkaufen oder Zeitschriftenabonnements verkaufen. Oft geht es auch um einen Wechsel des Stromanbieters. Entweder rücken die Anrufer sofort mit der Sprache heraus oder die Angerufenen werden erstmal in die Irre geführt und nehmen an einer Umfrage mit banalen Fragen teil. Also in der Regel kann man sich alleine an diesen Fragen schon eben vorstellen, was man da gefragt bekommt, dass das Ganze überhaupt gar keinen Sinn ergibt und keinen Mehrwert bietet. Danach wird etwa als Dankeschön ein kostenloses Zeitschriftenabo für drei Monate versprochen. Manchmal ist es auch unterschiedlich mit einem Monat oder andere Gegenstände, die man da gewinnen kann. Einen tollen Reisegutschein hatten wir ja hier alles schon. Das meistens nach den Monaten dann in ein Jahresabo übergeht oder vielleicht sogar für 24 Monate. Oftmals erzählt man euch ja auch, ja, ja, das verlängert sich dann nur um ein Jahr. Das ist dadurch denn kein Abo. Natürlich ist das ein Abo. Selbst wenn es sich automatisch um einen Monat verlängert, ist es immer ein Abo. Wahlweise werden die Angerufenen über einen hohen Gewinn informiert, den er aber erst erhalten kann, wenn er ein Zeitschriftenabo abschließt. Also auch das ist, denke ich mal, klar, dass ein Gewinn nichts mit einem Zeitschriftenabo zu tun haben kann. Auch hier geht es also nur darum, dem Kunden Geld irgendwie aus der Tasche zu leiern. Die neue Masche mit dem Tradingbetrug, die kennen wir ja mittlerweile schon, haben wir hier auf dem Kanal mehr als genug. Diese Masche ist halt eben so, dass man euch ganz oft anruft, um euch irgendwelche tollen Gewinnversprechungen auf dem Tradingmarkt machen möchte, die überhaupt gar nicht zu halten sind. Also die Maschen sind hier sehr, sehr unterschiedlich und es gibt auf jeden Fall ganz, ganz viele verschiedene Betrugsmaschen und wir haben hier auch sicherlich noch nicht alle auf dem Kanal gehört. Tja, was kann man tun, um die unerlaubte Telefonwerbung wieder loszuwerden? Nummer sperren lassen? Tja, die entsprechenden Telefonnummern über die Bundesnetzagentur sperren lassen. Das auf jeden Fall als erstes. Dennoch, ähm, tja, ist die Masche so schwer zu unterbinden, die Anbieter, also die Betrüger, nehmen sich einfach eine neue Rufnummer und telefonieren dann weiter. Eine andere Möglichkeit, selbst aus der Geschichte wieder rauszukommen und nicht mehr ständig terrorisiert zu werden, ist es halt, ja, seine eigene Rufnummer zu wechseln. Bei der Telekom zum Beispiel beim Festnetz bekommt man in der Regel eh drei Rufnummern mit. Die Rufnummer, die mittlerweile missbraucht wird, kann man vielleicht abschalten und dann die nächste Rufnummer, der drei Rufnummern benutzen. Ähm, dann muss man erstmal noch keine neue Nummer kaufen, beziehungsweise keinen kostenpflichtigen Wechsel durchführen. Ist zumindest eine Möglichkeit. Vertrag am Telefon abgeschlossen, Widerrufsfrist von 14 Tagen nutzen. Man bekommt meistens eine Auftragsbestätigung, nachdem man am Telefon einen vermeintlichen Vertrag abgeschlossen hat. Auch wenn die Unterlagen hier zu spät kommen sollten. Ihr könnt euer Widerrufsrecht nutzen. Dort sei meistens auch eine sogenannte Widerrufsbelehrung aufgeführt. Die Widerrufsfrist beträgt in der Regel 14 Tage. Man sollte sich unbedingt an das Unternehmen wenden und mitteilen, dass man bestreitet, jemals einen Vertrag abgeschlossen zu haben. Zusätzlich sollte vorsorglich immer ein, ähm, ja, der Vertrag widerrufen werden. Auch mit den Worten, dass man das, äh, ja, eben zusätzlich und vorsorglich tut. Ein Musterschreiben hierfür findet ihr auf der Webseite der Verbraucherschutzzentrale, ähm, unter verbraucherzentrale.de. Hier kann man sich einfach ein, ähm, ja, fertiges Formular als PDF downloaden und die entsprechenden Stellen dann einfach ausfüllen. Ist das, äh, oder ist bereits das Geld von eurem Konto sogar schon abgebucht worden? Äh, könnte man der Abbuchung bei der Bank widersprechen. Das kann man in der Regel innerhalb von sechs Wochen tun und das Geld dann einfach zurückziehen. Das Beste jedoch ist, viele Leute denken, es sei unhöflich, einfach aufzulegen, wenn ihnen das Telefonat komisch vorkommt. Tja, aber genau das sollte man eben tun. Einfach auflegen. Es ist nicht unhöflich, wenn man am Telefon einfach auflegt, wenn man unsicher ist. Denn letztendlich ihr kennt die Person am anderen Ende nicht. Kommt dem Angerufenen schon die Nummer im Display seltsam vor. Also das heißt euch. Könnt ihr die Rufnummer einfach mal bei Google angeben und schauen, ob es darüber schon irgendwelche Erfahrungen gibt. Ob da schlechte Meinungen zugesammelt wurden oder gar keine Infos dazu existieren. Ob es die Rufnummer überhaupt gibt. So kommt das wohlmöglich, ähm, ja, folgenreiche Telefonat gar nicht erst zustande. Wer verdient eigentlich an den lästigen Ping-Anrufen? Tja, bei der für dieses Thema zuständigen Bundesnetzagentur sind im Vorjahr rund 6500 Beschwerden über sogenannte Ping-Anrufe eingegangen. Das sind natürlich auch nur die Beschwerden, die dort eingegangen sind. Die Anrufe selbst werden mit Sicherheit viel, viel öfters aufgetaucht sein. Deren einzigen Zweck ist es, Rückrufe an teure ausländische Service-Rufnummern zu provozieren. Zum Beispiel nach Tunesien oder Madagaskar, deren Vorwahlen 00216 bzw. 00261 denen von Mönchengladbach bzw. Koblenz ähneln. Das heißt, die Vorwahl sieht ähnlich aus wie eine Rufnummer aus einem Bundesland bzw. aus einem Landkreis aus Deutschland. Wer dahinter steckt und von den unnötigen Verbindungsentgelten, wer davon profitiert, tja, kann man nicht so wirklich sagen. Denn die Konstrukte dahinter sind oftmals sehr, sehr unübersichtlich. Eins steht aber fest. Die nationalen Mobilfunkanbieter sind an diesem Modell in keiner Weise irgendwie beteiligt. Vielmehr haben die selbst ein Problem damit und sind damit ja mehr oder weniger auch Opfer und sind betroffen. Denn die Bundesnetzagentur hat in vielen Fällen schon längst untersagt, solche Verbindungsentgelte bei den Kunden einzufordern. Trotzdem müssen die Mobilfunkanbieter diese Kosten möglicherweise weiterreichen, wenn so ein Anruf zustande gekommen ist. Das heißt, wenn ihr den Anruf bzw. das Ganze bestreitet, bleibt der Mobilfunkanbieter letztendlich tatsächlich auf diesen Kosten sitzen. Denn eine Abrechnung gibt es ja erstmal mit einem anderen echten Unternehmen aus dem Ausland eben. In Deutschland ist es mittlerweile üblich, wenn ihr eine Servicerufnummer anruft, dass zunächst erstmal eine Preisansage kommt und das Gespräch erst nach dem Piepton dann eben kostenpflichtig wird. Und man hat in der Regel erstmal einen kleinen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, ob man diesen Anruf überhaupt möchte. Naja, wie so oft bleiben diese Betrugsmaschen sehr schleierhaft. Nicht immer sind diese Anrufe, die euch kurz anklingeln, diese sogenannten Ping-Calls. Meistens ist es auch einfach nur der Telefondaller vom Callcenter. Also das Programm, das das Callcenter oder das Programm, was im Callcenter die Rufnummern eben automatisch wählt. Es werden hier sehr oft mehr Kunden angerufen, als gerade freie Mitarbeiter an der Leitung eben sitzen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Man will effizient arbeiten. Legt der Mitarbeiter also bei einem Gespräch auf, geht sofort der nächste Kunde dran, beziehungsweise kommt sofort der nächste Kunde bei ihm am Computer einfach hoch. Da es hier oft zu Kollisionen kommen kann, also dass zu viele Kunden eben den Hörer abgenommen haben, legt das System halt einfach bei irgendeinem Kunden, der zuletzt rangegangen ist, also den Überschuss, einfach auf. Daher gilt, wenn ihr eine Rufnummer zurückrufen möchtet, achtet einfach darauf, dass es eine deutsche Nummer mit plus 49 oder 0049 am Anfang ist. Dann seid ihr zumindest auf der sicheren Seite, dass der Anruf aus Deutschland kommt und höchstens irgendwelche Festnetzkosten zustande kommen. Steht zu Beginn etwas anderes, kommen die Anrufer in der Regel aus dem Ausland. Hier musst du in der Regel so oder so erhöhte Kosten zahlen, wenn du ins Ausland telefonierst, also selbst bei einer Festnetznummer. Wenn es eine Hotline ist, sicherlich noch viel mehr. Daher am besten gar nicht erst zurückrufen. Wenn etwas von, also wenn einer was von euch möchte, der wird definitiv irgendwann nochmal bei euch anrufen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Teilt gerne meine Videos mit all euren Freunden, Bekannten, Verwandten und der Familie. Ich habe in den Statistiken von meinem Kanal gesehen, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist, was das Teilen der Videos angeht. Umso bekannter unsere Videos hier werden, umso mehr dem Kanal hier folgen. Ja, umso eher können wir es den Betrügern so schwer wie möglich machen, dass die mit ihren Maschen erfolgreich sind. Gib dem Video gerne noch einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Abonniere gerne meinen Kanal. Wenn du das noch nicht getan hast, dann verpasst du auch keine weiteren Videos mehr von mir. Am besten mit Glocke, dann bekommst du auch immer eine Nachricht, wenn es etwas Neues gibt. Wenn du magst, findest du hier jetzt noch die Playlist zu allen anderen Videos. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.